ARD Text im Auftrag von Funk Du hast mich hart ran genommen, hast du mich hier Volker, das sind hier solche Huren-Söhne, die machen in sie die Kisten auf, wenn du hier im Dampf fliegst Die fighten gar nicht mehr, hier unten ist sie nicht gelandet Die fighten Probleme haben wir Ja Dann ist das ja auch verständlich, wenn alle Leute direkt erst mal zu den Kisten wollen Klar Ich hab die jetzt Unter mir, eher da, wo du brüchst Wolle jetzt mal los, oder weißt du? Was ist denn nun scheißig hier? Blät Oh Könnt ihr mal jetzt bitte den Dings machen und anstatt hier irgendwie wie Schwuchteln die ganze Zeit einkaufen zu gehen Da komm ich doch ab Ich warte auf dich Ich hab mir schon drei E-Mails geschrieben Oh das wird hier knapp Oh ne das mach ich nicht, ich hab fast wie neu Ich hab fast wie neu Wir wollen nur fast Ja auf diesem schmutzigen Schlamm soll ich mich begeben, oder was? Okay du checkst einfach nicht Kannst du mich nicht mitnehmen, oder was? Nee, fick dich einfach, kiddo Ich hab dir das sechsmal gesagt Unter uns Ja, bis ich zu euch rumgekommen wäre, seid ihr verlängst zu fliegen Er hat richtig rumgeschrien Ich bin down, Johanna Ich war unten an einer komplett offenen Stelle Hätte man mich easy mitnehmen können Ihr müsst mich holen, komm einer, Anna Boah, Nigger Stepper, krabbel nach hinteren, ich hole dich Ich hab ihn gepinkt Ich stehe auf dich, warum du, äh Mal alleine pushen musst Ich verstehe ich Wenn ich zehnmal sage, da ich schon zehn Minuten lang warte Wieso Kannel einfach noch mal straight über diese ganze Brücke geht Ich war unten an der Brücke Oh, komm einer Direkt unter euch Ich war die ganze Zeit nicht gekommen Zehn Minuten lang Ja Da ist er, da ist er Bei mir war alles offen, Digga Man hätte mich einfach schnell mitnehmen können Einmal F, F, Sacken Der ist ab Keine Rüstung Ach, ja Down Wie hat der dich denn weggelasert, Digga? Ich hab keine Ahnung Doch, Darling Er ist bei sich hinten, er kommt jetzt bei sich Mitte durch Jetzt links 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 Man, Kirre Ja, von Dennis links Ja, ist ja egal Als ob der das nicht gesehen hat Der war unsicher, ich war da auf einmal Ey, ich hab dir gar zugeguckt, also was lasst du für ein Bullshit So, das war nicht für das Show, also dürfen wir jetzt doch noch weg Ja, du hättest mich einfach mitnehmen können Hä, du hast erstes mal kein einziges Wurz von dir verloren Und ich hab einfach 5 Minuten lang Ja, ich stand die ganze Zeit da ab Ja, okay, der kommt jetzt rum Und holt mich ab, nein Ja, und du hast überhaupt nichts gesagt Und ich hab 5 Minuten lang gecallt Könnt ihr jetzt endlich mal hinne machen Ich möchte euch jetzt mitnehmen Ja, und du hast die ganze Zeit probiert bei Dennis zu landen Hast du dann verkackt? Ne, das lande ich jetzt nicht Ne, ich hab einfach gelandet Achso, auf einmal schon Ja, hab ich auch Ich bin gelandet Ah, okay Gut Du rennst irgendwo woanders hin, weil du eine Kiste gesehen hast Ne, ich war die ganze Zeit an diesem Gebäude immer noch Wo ich schon 5 Minuten starte Weil ich dachte, ja okay, du nimmst den jetzt schnell mit Kommst rüber und dann fliegen wir da hoch Ey, du hast aber nichts gesagt Ja, du auch nichts Hä? Ich hab dir die ganze Zeit gesagt Kannst du jetzt mal hinne machen? Ey, ja, wenn ich laufen müsste, um zu dir hochzulaufen Wäre das noch viel länger gewesen Wo du den abgeholt hast Es wäre einfach so easy gewesen, ne Du hast ein Heli, Digga Wir waren unten Du warst bei Dennis Du warst 10 Meter von Dennis entfernt Nein, nein Nein, ich war auch 50 bis 100 Meter entfernt Was laberst du? Ja, und ich musste diese Dings hoch, müsste ich noch klettern Also, was laberst du eigentlich für Bullshit, Digga? Du hast ein Heli, du kannst einfach noch... Na, was musst du hochklettern? Digga, da gehen diese Rohre hoch An der Seite Hä? Da geht eine Straße hoch Ja, du weißt einfach... Da musst du 10 Meter hochlaufen Okay Aber am Ende des Tages kannst du mir nicht sagen, dass du mit nem Heli einfach nicht mal kurz 10 Meter Du hast ja nichts gesagt Wenn du so sagen willst Du hast ja nichts gesagt Ein bisschen hast du gesagt Ja, aber dann fliegt man nicht weg und lässt einen komplett alleine, während man abgeschossen wird Äh, weißt du grad, wie die auf uns gerattert haben? Die standen da oben mit 2 MGs und haben auf uns geballert Ja, und ich habe einmal zurückgeballert und habe einem direkt die Rüstung weggeschossen Also was willst du von mir? Ja, dann warst du mal noch... Und ich hatte ne... Ich hatte ne graue Kilo, Digga Ja, dann warst du mal noch... Ja, dann war immer noch einer da mit einem kapletten MG, der voll auf unsere Heli abwehrt hat Und ich glaub, das ist ja... Der war doch... Der war doch brandneu... Der war brandneu, hast du gesagt Ja, weißt du wie schnell ein Heli down geht, wenn da einer mit dem MG draufballert? Achso, okay, nur also wenn ich mit dem MG draufballert... Ja, raufballert... Bugleit last your party, by the way Hä? Was ist das jetzt schon wieder? Kann rausgehen Kann rausgehen Wenn einer mit einem 100 Schuss Magazin auf mich ballert, dann ist der Heli zu 75% down Du, dumme Fotze Du hast einfach abgeknallt, Digga, hast gesagt... Oh boah, die fick ich jetzt Ich hab eben 2 Leute gedowned Ja 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 Mhm Wie viele Leute hast denn du gedowned? Äh, ich hab 2 Leute gedowned, ja Ja Hast du gar nicht Doch Hast du gar nicht Doch Wann hättest du denn bitte 2 Leute gedowned? Ich bin... Ich musste ja erstmal... Der eine, der Reka Dann kam ich hoch, hab Dennis gehealt, hab einen gedowned, dann musst du wegkommen Dann wurde der eine aufgehoben, dann war es vorbei Mehr hast du nicht geschafft Ja, du auch nicht Weil ich war ja alleine, ich war ja 1 gegen 3 dann Ich hab 2 Leute gekillt Du hast nicht 2 Leute gekillt Als Z Du hast nicht 2 Leute gekillt Du hast 2 Leute gekillt Du hast nicht 2 Leute gekillt Doch, du hast 2 Leute gekillt Doch, du hast 2 Leute gekillt Ich hab da schon gegen 2 Leute gefightet Ja, du hast 2 Leute gekillt Okay, wenn ich nicht... Wenn ich nicht 2 Leute gekillt hab, schuldest du mir einen Big Mac Also wenn ich 2 Leute gekillt hab, schuldest du mir einen Big Mac Okay, warte, ich nehm das zurück, weil der hat einen am Shop geholt Guck mal, du hast wie ne Pussy Der geht direkt gleich auf ISIS, Alter Auf ISIS Nee, ist mir halt grad echt eingefallen, dass der eine am Shop geholt wurde Ich hab 2 Leute gekillt Guck mal noch Hä, das macht... Ne, warte, da macht irgendwas keinen Sinn Wenn ich 2 Leute gekillt hab, schuldest du mir einen Big Mac Ne, macht keinen Sinn Ja, also schuldest du mir dann einen Big Mac Ne, macht keinen Sinn Also wenn ich 2 Kills hab, schuldest du mir einen Big Mac Musst... Wenn wir gegen 2 Leute gleichzeitig fighten mussten, lügst du Ich musste gegen 3 Leute gleichzeitig fighten Ja, Dennis war ja bei dir, also war 2 gegen 3 besser als 1 gegen 2 oder 2 Dennis konnte kein bisschen schießen, weil ich viel zu schnell mit dem Heli war Keine Aussage Ich hab 2 Leute mit dem Heli gekillt Flick besser Ich hab 2 Leute mit dem Heli gekillt Ja, hast du dir auch mal deine Waffen benutzt Also schuldest du mir einen Big Mac Ne, ne, warte, kannst du auch einmal deine Waffen benutzen Ich hab 2 Leute mit dem Heli gekillt Ne, warte, ne, warte, du sagst du hast 2 Leute mit dem Heli gekillt Guck mal was Ne, 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 ne Ich will es jetzt wissen Weil Dennis hat einen mit der A10 gekillt Hä? Ich hab keinen gekillt Dennis hat einen Luftschlag angefordert Ja, ich hab doch damit keinen gekillt Ja, du hast einen auch gekillt Doch, er hat einen damit gekillt Doch, er hat einen damit gekillt Nein, hat er nicht Wer hätte ich hochgegangen oder er wurde gedowned Kann sein Ich hab zwei Leute mit dem Heli gekillt Dennis hat mindestens einen mit der A10 gedowned Mindestens Nein, hat er nicht Doch, hat er, 100% Hat er nicht Gedowned kann sein, aber ich weiß es nicht Ne, ich glaub nicht Er hat mindestens einen gedowned Weil da stand CPAC und dann war dieses A10 Zeichen Nein, wann kam die A10? Wo ihr hochgeflogen seid Dann hat er keinen gedowned Er hat einen gedowned Hat er nicht Er hat einen gedowned Hat er nicht Er hat einen gedowned Mach als Z Ich hab als Z gemacht Guck als Z und guck in den Killfeed Dann schuldest du mir Big Mac Wenn da keine A10 ist Ey, was heißt A10 war da, aber er hat keinen gedowned Er hat einen mit der A10 gedowned 100% Ok Guck nach Wenn ich... Kenneth checks einfach nicht Kannst du mich nicht mitnehmen oder was? Nee, fick dich einfach, Kenneth Ich hab dir das sechsmal gesagt Unter uns Ja, bis ich zu euch rumgekommen wäre Seid ihr verletzt A10 Ja, der Miene är der Miene NIE Er hat richtig rumgeschrien Ich bin down Johanna Ich war unten an einer komplett offenen Stelle Hätten man mich easy mitnehmen können Ihr müsst mich holen, komm einer Hang auf Depp, er krabbeln nach Hohnern Ich hole dich! Ja, er hat mich gefickt. Wie macht ist das das? 21.10. Jetzt suchen wir schon eins ey, wie lange sind wir noch drin? Irgendwann, wir sehen uns nachher im Video, also wir machen jetzt einfach. Ja, ich dachte wir waren noch eins. Ah, hier hole ich Dennis? Dennis hat 100%ig einen mit einer A10 gedowned. Daulich den neuen Heli, dann steigt Cepak ein. Spür vor, Spür vor. Ja, es kommt jetzt gerade genau der Moment. Und was mit dem Moment? Cepak, äh, äh, Dennis hat Kai mit einer A10 gedowned. Denn Cepak hat einen mit einer A10 gedowned. Hat er nicht. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Hat er. Hat er nicht. Du lügst. Hat er nicht. Du lügst. Ich hab das Video vor mir, ich kann's dir gerne abspielen. Also du schuldest mir ein Big Mac, danke. Näh, näh. So, du schuldest. Er hat einfach einen gedowned. Hä? Erzähl mal, ich mach A10, guck sie an. Ich hab schon A10, das sehen wir in dem Video, ihr Fotzen. Hat er nicht. Du schuldest mir ein Big Mac. Du schuldest mir einfach 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 ein Big Mac. Ach so. Ach so. Ach so. Also ich hab den Videobeweis als Set. Der einzigste, der eigentlich die beste Sicht hatte auf der Brücke, ne. Und ich soll das angeblich nicht gesehen haben. Egal, was juckt mich Sicht. Was juckt mich sichtweise. Es geht einfach um den Killfeed. Du bist einfach. Du schuldest mir ehrlich gesagt. Hey, mach doch als Set denn das. Hab ich schon. Hab ich mir das nicht angeguckt. Schau doch mal den Killfeed einfach an. Tepak hat fein gedowned. Er schuldest du. Endlich hab ich ihn. Einen Tag. Ulle. Ulle, endlich hab ich ihn gekriegt. Du musst das jetzt angucken. Ich soll halt ehrlich jetzt angucken, Digga. Du kriegst ihn am nächsten Freitag. Nein, ich will ihn jetzt. Naja, du kriegst heute gar nichts, Digga. Boah, Digga. Du schuldest mir aber allen. Ja, aber nix der Freitagast. Ja, aber ich war jetzt nicht extra zu meckes noch, Alter. Boah, so einer. Kirill. Kirill. Jetzt kommt das an. Oder ich, wenn ich das aufnehme, dann sagt er, ich hab irgendwas mit Photoshop bearbeitet, Alter. In der Halb von 5 Minuten. Was machen wir jetzt? Hast du das jetzt in den Killfeed pack? Nein. Mach doch mal bitte als Set. Ich hab schon als Set. Ja, aber damit wir zumindest wissen, wer einfach recht hat. Warte. Weil er immer noch auf seine Aussage flottiert. Seppin, Seppin. Seppin, Seppin, Seppin. So, jetzt müssen wir den Heli jetzt die Bank angucken. Na, Tö. Okay. Was soll ich ihm angucken? Ja, ich wünsch. Du sollst das angucken in den Killfeed. Ja, ich wünsch. Vor uns, vor uns. Kill ihn, kill ihn, kill ihn. Hä? Der ist doch eh. Hier ist noch einer. Ja. Bei uns sind zwei. Einer hier drin. Schwuck, du fickst Ärsche. Von Männern. Was? Hast du Falldamage bekommen? Nee. Ich war aus dem Heli. War oben. Auf einmal war ich einfach tot. Weißt du auch nicht warum. Oh klar. Doch, doch, lol. Ich hab einen gekillt mit einem Luftschlag sogar. Ja, aber du hast ihn auch nur gekillt. Ich hab einen gekillt mit einem Luftschlag. Also 10. Nein, nein. Du hast gesagt, Seppin hat ihn gedowned. Ich hab gesagt, er hat ihn mindestens gedowned. Nein, du hast gesagt, er hat ihn gedowned. Er hat einen mit der A10 gedowned. 100%. Okay. Guck nach. Welchen? Dennis hat 100%ig einen mit der A10 gedowned. Du hast gesagt, gedowned. Du hast gesagt, gedowned. Du hast gesagt, gedowned. Oder im Killfeed. Er ist im Killfeed, Digga. Im Killfeed ist Killfeed. Nee, 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 nee. Kannst du dir nicht mehr zählen, Digga. Fick dich. Ich mach nochmal ein Set. Und ich hab deine ganze Sprache aufgenommen, Digga. Und du schuldest mir dann 10 Big Macs. Ich hab ihn gefragt. Du schuldest mir dann 10 Big Macs. Nee, 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 nee. Ja? Ja, ja. Ich hab ihn gedowned. Dennis. Ich kann euch das gerne nochmal zeigen. Ich nehm das mit. Warte. Und wir kamen nur auf die Idee, dass Dennis ihn gedowned hat. Weil du gesagt hast, nee, nee. Du hast ihn gekillt. Das ist meiner als Graf K. Hier. Okay. So. Siehst du? Wir fliegen hoch. Ne? Unter uns. Und jetzt down ich den ersten. Dieses Bloom? Wir sind überhaupt auf die Idee down gekommen, weil ich Dennis gefragt hab. Ich hab als erstes gesagt, Dennis hat ihn gekillt. Und dann wurde ich den zweiten. Dann hast du gesagt, nein, er hat ihn nicht gekillt. Habe ich gesagt, er hat ihn mindestens gedowned. Er hat einen mit der A10 gedowned. 100%. Okay. Guck nach. Dennis hat 100%ig einen mit der A10 gedowned. Okay. Kirtle, du hast nichts gesagt mit gekillt. Also die Aussage… Ich hab gesagt, er hat ihn mindestens.. Er hat ihn gekillt oder gedowned. Weil ich hab ihn da… Nein, Digger. Ich hab ihn direkt gefragt. Du laberst einfach Bullshit. Fertig. Als Head. Feichern. Ich ging da rum. Ach zo, okay. Ich hab den ganzen Sprach-Chat. Es ist mir eigentlich scheißegal, dass ich den ganzen Sprach-Hitle da ist. Also auf einmal… Ich weiß noch auf das Ende des Tages, was ich gesagt hab. Er hat einen mit der A10 gedowned, 100%. Okay. Guck nach. Welche? Okay. Okay. Ich hab nämlich gesagt, er hat ihn mindestens gedownt oder gekillt und dann haben wir ihn gefragt, Dennis, hast du gekillt oder gedownt? Kirill? Höchstens gedownt, hat er gesagt. Nein, weil ich das selber nicht wusste, Kirill. Du bist einfach nur ein Bullshit-Laberer, Digga. Kirill, du bist einfach ein schlechter Verlierer. Digga, du bist einfach nur ein... Genau, Digga. Du bist einfach ein Wurst-Verwirrer, Digga. Es ist jetzt ganz wirklich nicht mehr lustig, weil du bist wirklich ein schlechter Verlierer. Weil du hast es wirklich nicht gesagt. Ja, ich hab ihn gefragt. Okay. Hast du ihn gedown? Nein, lass es einfach. Du bist einfach, Digga. Du... Das ist... Okay. Ist okay. Ja, du machst immer diesen mit diesen... Du hast du das gesagt mit Wort-Wechsler, Digga. Dennis hat 100%ig einen mit einer A10 gedaunt. Ist okay. Okay, Digga. Der... Der Kügel gibt einfach nach. Jetzt tust du so. Ja, okay, ja. Ich hab den ganz verstritten. Wenn du willst. Jetzt gibst du nach, weil du weißt einfach... Ich hab recht. 100% Ne, hattest du nicht, ich hab alles aufgenommen Ja, dann guck's dir doch mal an Jaja, du hast es nicht gesagt Und bleib nicht ab da und irgendwo im Wald, wo du da unten bist, Kamu Und selbst Sepak war im Team-Speak und hat gesagt, dass du es nicht gesagt hast Also dementsprechend... Wann hat er es gesagt? Guck mal, jetzt fängt das auch schon wieder an Also das geht mit dir den ganzen Tag so Weil du einfach ein fucking schlechter Verlierer bist, jetzt ohne Mist, die Kinder Nein, ne, ich weiß einfach, dass du grad getriggert bist Ja, jetzt auf einmal wird so, dass ich getriggert bin, Digga Das ist Katastrophe ist das Oh, ja, Katastrophe Ja, du schuldest mit 10 Big Macs Ne, nicht 10 Big Macs Ja, jetzt schuldest du mit 10 Big Macs, weil du hast ja gesagt, dass du das auch gesagt hattest Ne Doch Wo hab ich gesagt, dass ich das auch gesagt hab Ja, du hast gesagt, dass du mehr als downen hast du gesagt, das hast du nie gesagt Nein, ich hab am Anfang gefragt Ich hab Cepak am Anfang gefragt Hast du ihn gedowned oder gekillt? Er hat gesagt, hm, weiß ich nicht Ich glaub, höchstens gedowned Ja, aber was hat denn Cepak's Aussage damit zu tun? Du hast doch gesagt, dass du das gesehen hast Ja, und dann Am Anfang hab ich gesagt, dass er ihn gekillt hat Okay, er fängt halt immer die Aussagen und, äh Ja, Cepak hat ja alles aufgenommen Scheißegal, sie können wir das dann im Video einfach Ja Er hat einen mit der A10 gedowned, 100% Das wird dann gleich da einfach sein Ich möchte mir nur sagen, Wettschulden sind Ehrenschulden, ne? Wenn er seinen Big Mac holt, dann kriegt er seinen Big Mac einfach fertig 10 Ne, nicht 10 Ich hab niemals zu 10 be- 10 Ich hab niemals zu 10 zugestimmt 10 Zehn, weil du hast ja gesagt, dass du gesagt hast Du, Digga, was darfst du mit 10? Ja, ne, 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 ne Du hast einfach irgendwann gesagt, wenn das jetzt ist, schuldest du mir 10 Und ich hab niemals zugestimmt, also ganz so nicht wahr, Digga Du kannst mir einfach so viel rausholen, wie du willst Ja, das ist jetzt einfach so Ja, das ist jetzt einfach so Man sieht einfach jetzt, sagst du einfach diesen Bullshit Angegen du gesagt hast, mehr als ein Down, was du nicht gesagt hast Mehr als Down hab ich nicht gesagt Was? Was? Ich hab gesagt mindestens Down, mindestens Er hat einen mit der A10 gedowned, 100% Hast du nicht Hast du nicht gesagt? Ja, doch Er hat ihn mindestens Down Hast du nicht gesagt? Ich hab doch noch dazu gesagt, er ist mindestens im Killfeed gewesen Das ist scheißegal Hast du auch nicht gesagt? Doch Im Killfeed hab ich 100% Du kattest mich mal, Digga Du kattest mich mal, Digga Du hast gesagt Killfeed, aber nicht mindestens im Killfeed Du hast gesagt, du hast gesagt, im Killfeed stand, dass er ihn gedowned hat Ja, im Killfeed Im Killfeed Hat er aber nicht Digga Du bist einfach random, Digga Ohne Scheiß Kannst du jetzt mal deine Tasche hier abholen? Ich hab schon längst eine Wo hast du die geklaut? Ja, siehste mal Wenn man ehrlich ist, dann kriegt man das Achso, deswegen hab ich grad zwei oder was geklaut Dann bin ich doppel ehrlich Du hast gerade gesagt, ich bin super ehrlich Nein, ich war unehrlich Siehst du, jetzt holst du mir 20 Big Macs Achso, ich merk schon Du machst das immer, Digga Immer wenn irgendwas so ist, machst du immer diesen gleichen Trick, Digga Ich kenn dich schon Du kannst meine Ich kenn dich Ich kenn mich Untertitelung des ZDF, 2020